Das Warten hat ein Ende. Nach der langen Zeit mit Steaks und Bratwurst am Grill ist sie nun endlich wieder da, unsere hausschlachtende Saison. Hallo und herzlich willkommen zu meiner monatlichen Videoschleife. Wie Sie schon von mir in der Einleitung gehört haben, soll sich heute alles um das Hausschlachten drehen. Wie jedes Jahr beginnen wir mit unserer Hausschlachtensaison in der ersten Oktoberwoche. Nun fällt der 3. Oktober genau auf Mittwoch, auf Feiertag. Aber keine Angst, wir haben uns entschlossen, unsere Hausschlachten einen Tag vorzuziehen und beginnen dies Jahr am Dienstag, den 2.10. mit unserem Hausschlachten. Genauso handhaben wir das am 31. Der 31. ist wieder Mittwoch, wieder Feiertag, also am 30.10. Hausschlachten. Was wird denn dieses Jahr nun wieder geboten? Neben unseren frischen Krütz- und Semmelwurst, Blut- und Leberwurst natürlich unser bekanntes Wellfleisch. Angefangen vom Wellbauch, welchen wir wunderschön beschneiden, bis hin zum Wellkamm, über die Haxen, die wir für Sie portionsgemäß teilen, zum Kopfwellfleisch, Schweineohren, wenn gewünscht wird oder Nieren und natürlich nicht zu vergessen die gut gewürzte Wurstbrühe. Hier habe ich Ihnen gerade den Rohzustand gezeigt. Natürlich ist auch dieses Jahr wieder das Pökeln unserer Devise. Wir pökeln unser Wellfleisch, damit es zart wird und einen bestimmten Eigengeschmack bekommt. Dann noch richtig abgekocht, das wird einfach wieder lecker und die Schlemmerei kann beginnen. Zum Schluss noch ein Tipp von mir zur Brühe. Bitte denken Sie an ein geeignetes Gefäß. Natürlich können Sie auch ein solches bei uns käuflich erwerben, was Sie dann jede Woche wieder benutzen können. Bis dahin verbleibe ich und hoffe recht viele Kunden wieder neu zu sehen. Ihr Fleischermeister Christian Preuß Tschüss. Tschüss.